So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben wieder eine kleine Infofolge für euch vorbereitet. Eigentlich wollte ich heute was ganz anderes machen, aber es sind schon wieder neue News reingeflattert. Deswegen werden wir uns darum kümmern. Und heute Abend gibt es ja im Prinzip noch den Rates für Zuschauer-Stream, wo wir natürlich ein bisschen ins Klo gegriffen haben. Wir wollten nämlich Togetic-Rates für Zuschauer machen und Mammolita-Rates für Zuschauer mit zwei Accounts. Der eine liegt für Togetic, der andere für Mammolita. Jetzt ist das Problem, das Event war gestern natürlich zu Ende. Morgen beginnen erst die anderen Rates. Und heute haben sie extra für den einen Tag die Rates also nochmal umgeändert und es gibt kein Togetic und kein Mammolita mehr. Es gibt im Prinzip nur noch Mist. Jetzt hatte ich mich mit Marco geeinigt. Vielleicht können wir es ja so machen. Einer hostet Latias und einer hostet Latios. Also ein Stream, zwei Codes, zwei verschiedene Pokémon. Ihr könnt euch aussuchen, welches. Schätzhafterweise habe ich trotzdem eine Umfrage gestartet gestern Abend. Wollt ihr Latias, Latios oder Garados oder Taubos oder Ampharos. Die haben ja auch eine Existenzberechtigung. Und jetzt ist es so, Garados ist eindeutig der Sieger. Garados hat eindeutig gewonnen. Alle Leute haben Garados gewählt, wieder mal. Was ich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, wenn wir jetzt abends zusammensitzen, wir haben vielleicht zehn Leute, die Eden und Garados machen. Und der restliche Chat fragt immer zu, ob wir nicht Latias machen können. Ob wir nicht Latios machen können. Aber ihr habt es gewählt. Also werden wir das einfach so umsetzen. Latias, Latios, Flugzeuge, ja. Was fliegt auch? Vögel, genau. Denn es wurde jetzt ein Kando-Ray-Tag angekündigt. Ihr wisst ja, Samstag ist es soweit. Letztendlich der Kando-Tag, auf den alle gewartet haben. Mit den drei Vögeln, mit Mewtwo, mit Spezialaufgaben, mit eurer Edition Rot oder Grün oder was auch immer. Mit speziellen Spawns, mit erhöhter Shiny-Rate, mit NPCs auf der Karte zum Besiegen und natürlich auch mit neuen Shinies, allen restlichen Shinies aus Generation 1. Ab Sonntag dann das Kando-Event, was ja dann noch eine Woche läuft. Jetzt ist für den 28. Februar, also den letzten Tag dann in diesem Monat, der Kando-Rayd-Tag angekündigt. Verstehe ich zwar jetzt nicht, weil Arctos hatte schon einen Raid-Tag, Zapdos hatte einen Raid-Tag, Lavados hatte einen Raid-Tag. Dann sind die ja jetzt in dem Event schon wieder da, 10 Tage, eine ganze Woche und dann kriegen die nochmal einen Raid-Tag am Ende. Also, irgendwann ist man doch mal gesättigt. Die sind jetzt auch nicht so krass, dass man da unbedingt 2000 Stück davon braucht. Früher war das anders. Früher waren das die allerersten legendären Pokémon, die eingeführt wurden. Jeder hat die geradet. Mittlerweile hat man bessere Alternativen zu den ganzen Pokémon, die es da gibt. Zapdos, Elektro, ihr habt dann Raikou, Elektro gehabt, ihr habt auch Elevoltec, Elektro, aber die Leute spielen jetzt Zekrom, Elektro. Ja, nicht jeder hat Zekrom, nicht jeder hat Zapdos, manche haben noch gar nichts davon, die freuen sich natürlich. Wir werden mal gucken, wie wir das machen, ob wir auch bei den Vögeln irgendwie einen Raids-für-Zuschauer-Stream hinbekommen, vielleicht mit drei Leuten. Und jeder Code hostet einen anderen Vogel, sodass, wenn ihr in den Stream kommt, vielleicht dann auswählen könnt, addet ihr für Zapdos, für Lavados oder für Arctos und werdet dafür eingeladen. Außerdem gibt es nicht viel zu sagen, also am 28. Februar findet dann der Kando-Raid-Tag statt. Parallel dazu ein neues Rocket-Event mit Giovanni. Giovanni war die ganze Zeit ja jetzt nicht da. Wenn Giovanni da war, gab es immer eine kleine Spezialforschung mit Giovanni, in der ihr ein paar Rübel besiegen musstet, in der ihr alle drei Rocket-Bosse besiegen musstet und in der ihr dann ein legendäres Krypto-Pokémon bekommen habt. Arctos, Zapdos, Lavados gab es schon als Krypto-Pokémon. Auch die drei Raubkatzen Raikou, Entei und Suikun gab es schon als Krypto-Pokémon. Zuletzt gab es Mewtwo als Krypto-Pokémon. Jetzt, am 28. Februar, im Zusammenhang mit dem Kando-Raid-Tag, dem Kando-Event, ist nochmal Giovanni da, aber es steht ja da ein neues Krypto-Pokémon. Eigentlich denkt man, wenn, dann muss es ja aus der Kando-Region sein, wenn es alles im Kando-Event rumhängt, ja. Aber die Vögel, er kann ja nicht drei Stück in einer Forschung rauspressen. Also hätte man gedacht, dann halt Mewtwo. Schon wieder Krypto-Mewtwo, was natürlich viele freuen würde. Zum Abschluss des Kando-Events einfach nochmal die Chance auf Krypto-Mewtwo. Aber es steht ja da ein neues. Was fehlt denn in der ersten Generation noch? Krypto-Mew. Krypto-Mew ist ja nicht legendär, aber ich weiß nicht. Es ist ein bisschen verzwickt. Ich denke mal, es wird unabhängig von der Kando-Region sein. Und er bringt halt einfach ein neues Pokémon, ein neues legendäres, was aber nicht aus der Kando-Region kommt. Und mein Tipp lege gerade auf Lugia. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr denkt, welches legendäre Pokémon er mitbringt. Warum das hier immer so aufgeht, weiß ich nicht. Das ist vom 17. November 2020. Das ist uralt. Kando-Raid-Tag gibt es ansonsten nicht viel zu sagen. Also am 28. Februar von 11 bis 14 Uhr, drei Stunden. Ihr wisst, wie so ein Raid-Tag abläuft. An jeder Arena sind Fünfer-Raids auf, drei Stunden lang. Normalerweise war das so, wenn Arktos-Raid-Tag war, es war halt von 11 bis 14 Uhr an jeder Arena ein Arktos. Offen. Da konnte nichts anderes sein. Da war einfach Arktos offen. Fertig. Und das hat drei Stunden an der Arena gesessen. Und ihr konntet von Arena zu Arena fahren, um so viele Arktos wie möglich zu raiden, auf ein gutes Arktos zu gehen, gute Attacke von Arktos mitzunehmen, Shiny-Arktos mitzunehmen, das gleiche gab es extra dann für Zapdos, extra für Lava-Dos. Und das wird ein Raid-Tag, der wird ein bisschen komplizierter, denn es sind ja alle drei Vögel gleichzeitig da. Das heißt, es kann sein, wenn ihr zehn Arenen habt, an fünf Stück sitzt Arktos, an fünf Stück sitzt Lava-Dos und ihr habt gar keinen Zapdos dabei. Kann auch sein, dass das 3-3-4 ist oder so. Kann sein, dass das alle zehn sind Arktos. Und dann habt ihr nicht mehr in den drei Stunden. Dann müsst ihr woanders hin. Ich bin mal gespannt, wie die Aufteilung ist. Wir haben ja auch etliche Arenen und gerade an so einem Raid-Tag 20, 25 Raids haben wir meistens geschafft. Legit von Arena zu Arena gefahren, mit ein paar Leuten im Auto hin und her. Das wird diesmal sicherlich nicht so sein. Das wird diesmal nicht passieren, weil durch Corona bedingt alles hin und her und ich glaube, das Interesse in der Gruppe ist auch nicht wirklich da, dass die Leute jetzt unbedingt diese Viecher raiden wollen. Also ich hätte Interesse. Wenn es heißt, jemand will da auf die Jagd gehen und will das machen und wir sind da unterwegs, würde ich vielleicht auch ein kleines Video wieder dazu machen. Nach jeder Lobby, wie es schrumpft, ist es shiny, ist es gut, ist es sonst was. Gab es ja damals diese Raid-Tage auch verfilmt auf dem Kanal. Sind auf jeden Fall eine coole Sache. Jetzt halt alle drei gleichzeitig, was wieder ein bisschen chaotisch ist. Aber ihr kriegt natürlich auch wieder was kostenlos. Ihr bekommt drei kostenlose Fan-Raid-Pacer im Shop für die Faulen, die zu Hause sitzen und immer eingeladen werden wollen. Aber auch fünf kostenlose Raid-Pacer an den Arenen. Das war ja früher auch immer so. Aber denkt nicht, ihr könnt die fünf stapeln, ihr könnt die fünf abholen und irgendwann für was anderes verbrauchen. Ihr kriegt die nur, wenn ihr den verbraucht habt und an der neuen Arena euch den nächsten abholt. Das heißt, wer wirklich rausgeht und raidet an der Arena direkt, der kann diese fünf kostenlosen Fan-Raid-Pacer nutzen. Und das war eben das Gute. Damals bin ich auch mit mehreren Accounts dann immer los. Auf dem Großen habe ich alles gespielt. Mit dem zweiten Handy habe ich mitgemacht. Fünf kostenlose Pässe nach den fünf Raids umgewechselt auf den nächsten Account. Fünf kostenlose Pässe auf den nächsten Account, auf den nächsten Account. So hatte ich immer Unterstützung dabei, aber immer kostenlos. Und nur der Große hat einfach alles mitgemacht. Das war sehr genial damals. War auch Isbo noch dabei. Marco war dabei, also der Nebels und so. Wir waren mehrere Mann und jedem habe ich noch ein Handy in die Hand gedrückt. Habe gesagt, hier, ich habe zehn Handys dabei. Magst du vielleicht zwei nehmen und du zwei und du zwei. Ich nehme nur eins. Ich nehme ja die Kamera. Waren auf jeden Fall sehr schöne Zeiten. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass das diesmal so kommt, aber ich bin mal gespannt. Die Sonne scheint, alles ist super, aber Corona halt. Und die Forschung natürlich von Team Go Rocket, die Spezialforschung. Wichtig, was euch vielleicht am meisten interessiert, ihr könnt Frustration verlernen. Das ist ja das, was sie beim letzten Rocket Event eigentlich schon wollten. War nicht erwähnt, gab es nicht. Jetzt kommt das zurück, zwar nur drei Stunden, trotzdem habt ihr in diesen drei Stunden von 11 bis 14 Uhr die Möglichkeit, Frustration zu verlernen. Also markiert euch eure Pokémon, bei denen ihr das machen wollt und dann macht das auch. Ich stehe da nochmal dabei. Giovanni erscheint erneut in einer Spezialforschung, hat ein neues, legendäres Krypto-Pokémon dabei. Lugia? Na was denkt ihr, was er dabei hat? Schreibt es mal rein. Verwendet eine Lade-TM, damit eure Krypto-Pokémon die Attacke Frustration vergessen. Team Go Rocket Rübel erscheinen häufiger. 28. Februar, 11 bis 14 Uhr. Mehr muss man nicht wissen. Da ist alles gesagt. Würde ich sagen, das war es auch von meiner Seite aus. Ähm, mit dem Stream lasse ich mir noch was einfallen, beziehungsweise ich glaube, ich werde einfach jetzt Mega-Garados ankündigen und wenn der Andrang nicht so hoch ist, dann kann man ja vielleicht mal einen Latias oder Latios dazwischen schieben. Aber egal. Das waren die News. Schreibt mal eure Meinung dazu. Freut ihr euch auf den Raid-Tag? Werdet ihr den Raid-Tag spielen oder macht ihr nur die fünf kostenlosen Pässe? Und wenn, welches der drei interessiert euch am meisten? So, dass ihr vielleicht sagt, ich werde nur Zapdos jagen und nur mit den fünf kostenlosen Pässen. Oder ich werde jedes Zapdos machen, was kommt, weil ich unbedingt einen Hunderter haben möchte. Mein Ziel wäre es vielleicht, gerade von den Vögeln Zapdos als Hunderter zu bekommen, weil gelbes Wappentier, fertig, ganz klare Sache. Und ansonsten wird ja eh die ganze Zeit Mewtwo geradet jetzt in den Wochen. Und wenn nur noch die da sind, dann wäre halt Zapdos mein Favorit. Und wie gesagt, ich denke vielleicht, Lugia wird kommen. Ob das so ist oder nicht, reine Spekulatius-Sache. Ihr wisst Bescheid. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Ach, ist das schön. Und wieder dieses Hässliche. Ich verstehe nicht, wieso das immer aufgeht. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Bis dahin, Bis dahin, Bis dahin, Bis dahin, Bis dahin, Bis dahin,